Hallo liebe 96-Fans, ich bin Sebastian Jung und ich freue mich auf eine erfolgreiche Saison und dass wir viele Siege feiern können. Unmittelbar vorm Spiel bereite ich mich natürlich vor, gehe nochmal in mich und schaue, dass ich konzentriert bin und damit ich dann meine Leistung abrufen kann. An einem freien Tag fahre ich entweder in die Heimat oder genieße dann die Zeit mit meiner Freundin und meinem Hund beim Spazierengehen im Wald oder je nachdem, wo es uns hinverschlägt. Wow, das ist eine gute Frage. Ich würde gerne nochmal in die Karibik, so Bahamas, Kuba, in die Richtung, das würde ich auf jeden Fall nochmal sehen. Ja, also ich liebe eigentlich Schnitze mit Pommes und dazu eine kalte Cola, das ist schon was sehr Leckeres. Also ich glaube, dass ich sehr viel quatsche teilweise und auch sehr viel lustige Dinge von mir rauskommen, aber ja, Hauptsache wir haben Spaß und wir können lachen zusammen und da versuche ich immer mal einen coolen Spruch parat zu haben.